Wohl zu keiner Zeit wird mehr Schokolade gegessen wie im Dezember, werden doch am 6. Dezember die Stiefel gefüllt und am 24. viele bunte Teller mit Schokoladenprodukten belegt. Nur was darf bzw. muss in Schokolade enthalten sein? Und wie sind Besonderheiten zu kennzeichnen? Herzlich Willkommen zum Bärs Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbehn, ich bin Geschäftsführer von Bärs. Hierzu gehören Bärs Digital, der Bärs Verlag und die Bärs Akademie. Herr Thomas Böhm beschreibt in dieser Weihnachtsfolge die rechtlichen Anforderungen verschiedener Schokoladenprodukte. Herr Böhm ist staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker und Fachgebietsleiter an der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Sachsen für das Fachgebiet Getreideerzeugnisse, Backwaren, Süßwaren und Speiseeis. Dazu ist Thomas Böhm seit 2022 der Vorsitzende der Lebensmittelbuchkommission. Hören Sie nun seine Ausführungen in der Weihnachtsfolge. Schokolade und Kakao, eine geheimnisvolle Verführung seit Jahrtausenden. Kakao wird seit nahezu 3000 Jahren bekanntermaßen konsumiert und geschätzt. Die ältesten Belege aus Mittelamerika zeigen, dass er etwa seit 1100 vor Christus als Lebensmittel genutzt wird. Zu Beginn wurde das Fruchtfleisch zu einem alkoholischen Getränk vergoren. Beliebt war hierbei der Schaum des Getränkes, welches mit einem Holzquirl entsprechend aufgeschlagen wurde. Die Maya und später die Azteken kultivierten Kakao als Erste. Und bald wurde er als Grabbeilage und Zahlungsmittel genutzt, welches seinen enormen Wert zur damaligen Zeit belegt. Auch das Wort Chocolate auf Englisch hat seinen Ursprung bei den Maya und Azteken und beschreibt im Prinzip heißes Wasser auf Kakao-Basis. Man genoss zuerst einen bitteren Gewürztrank aus Wasser, Kakao, Mais, Vanille, scharfen Pfeffer und etwas Salz. Später änderten spanische Kolonialisten den Geschmack mit Zucker, Zimt und Anis und passten es den europäischen Vorlieben an. Im 16. und 17. Jahrhundert kam Kakao über Spanien nach Europa und war den Aristokraten und dem Klerus am Königlichen Hof vorbehalten. Es galt als Modegedränk mit besonderer Bekömmlichkeit und allerlei heil- und auch aphrodisierenden Wirkungen. Bis ins 19. Jahrhundert gab es Schokolade über Apotheken als Kräftigungsmittel und war bis ins 20. Jahrhundert ein Luxusgut. 1828 entwickelte der Niederländer van Houten eine Kakaopresse und schließlich auch das sogenannte Daging bei Kakao. Dabei handelte es sich um einen Zusatz von Alkalisalzen, zum Beispiel Natriumkarbonat oder Kaliumkarbonat, welche eine dunklere Farbe, einen milderen Geschmack und schließlich eine bessere Löslichkeit im Wasser ergeben. 1879 folgte die Conch von Rodolf Lindt, die letztendlich für den zarten Schmelz der Schokolade verantwortlich ist. Die gezielte Vermarktung der Schokolade für Kinder erfolgt seit den 1930er Jahren. Die älteste bestehende Schokoladenfabrik in Deutschland ist die Halloren-Schokoladenfabrik in Halle, an der Saale. Ursprünglich war es eine im Jahr 1804 gegründete Konditorei. 1823 wurde die Schokoladenfabrik Jordan und Timäus in Dresden gegründet. Hier wurde 1839 die erste Milchschokolade hergestellt. In diesem Jahr gründete ein Franz Stolberg in Köln seine Mürbebäckerei. 1863 gründete Heinrich Fassbender seine Pralinenherstellung und 1890 Wilhelm Rausch eine erste Konfiserie in Berlin. 1999 kam es zur Fusionierung Fassbender und Rausch GmbH. Josef Emil Haches begann 1890 in Bremen. Die erste Schweizer Schokoladenfabrik wurde 1819 gegründet. Es folgen Philipp Sücha 1824, Lindt Jean Tobler 1830 und Rudolf Sprüngli 1845. Die erste Schweizer Milchschokolade stammte aus dem Jahr 1875 von Daniel Peter und Henry Nestlé. Kakao und Schokolade sind aus dem Sortiment der süßen Leckereien und somit zur Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Aber was verstehen wir heute unter Schokolade? Es gibt Produkte, bei denen taucht Schokolade oder kurz Schoko in der Bezeichnung auf, hat aber nichts mit Schokolade zu tun. Andere wiederum sehen aus wie Schokolade, werden aber anders bezeichnet bzw. müssen anders bezeichnet werden. Die rechtliche Grundlage für Schokolade bildet die Nationale Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse, kurz Kakaoverordnung, aus dem Jahr 2003. Es handelt sich dabei um eine in nationales Recht umgesetzte Richtlinie der EU, die Richtlinie 2036 EG über Kakao- und Schokoladeerzeugnisse für die menschliche Ernährung aus dem Jahre 2000. Die Verordnung gilt für die im Anhang der Verordnung aufgeführten Kakao- und Schokoladenerzeugnisse. Dabei handelt es sich um Kakaobutter, Kakao- und Schokoladenpulver, Schokolade, Milchschokolade, weiße Schokolade, gefüllte Schokolade und Pralinen, sowie um konkrete Arten von Trinkschokoladen. Es werden Zutaten geregelt, welche zugesetzt werden dürfen und auch bis zu welcher Menge bzw. welche eben nicht verwendet werden dürfen. Wie hoch der Anteil an diversen Kakaobestandteilen oder bestimmter wertgebender Zutaten sein muss, oder auch unter welchen Umständen gewisse Qualitätshervorhebungen gemacht werden dürfen, sowie welche Kennzeichnungselemente zusätzlich zur üblichen Pflichtkennzeichnung erforderlich sind. Bestimmte Vorgaben möchte ich versuchen kurz darzustellen. Zudem stehen kleine Exkurse ab von der Kakaoverordnung an. Neben den Rohstoffen Kakaobutter bzw. Kakaopulver sind Schokoladenpulver bzw. Trinkschokoladenpulver die einfachsten Produkte. Es handelt sich hierbei lediglich um Mischungen von Zucker und Kakaopulver, wobei Trinkschokoladenpulver mindestens 25% Kakaopulver enthalten muss und Schokoladenpulver mindestens 32%. Hiermit verwechseln darf man nicht die weit verbreiteten kakao-haltigen Getränkepulver, welche in der Regel nur 18% Kakaopulver enthalten, welches zudem meist stark entölt ist, sprich der wert- und geschmackgebende Bestandteil Kakaobutter wird zu einem beträchtlichen Teil vorher entzogen. Diese Getränkepulver fallen allerdings nicht in den Anwendungsbereich der Kakaoverordnung. Ähnlich verhält es sich mit häufig fertig portionierten kakao-haltigen Getränkepulvern, welche auf der Hauptscheiseite in prominenter Ansicht das Wort Trinkschokolade tragen. Wenn man jedoch genauer hinsieht, wird in deutlich kleinerer Schrift oder um 90 Grad versetzt, klein und unscheinbar das Wort Typ vorangestellt. Dann handelt es sich häufig um eine Mischung von diversen Zutaten. Oftmals wird zudem nur fettarmes Kakaopulver verwendet. Im Idealfall werden davon mindestens 25% eingesetzt, aber es handelt sich nicht um Trinkschokolade. Die Bezeichnung ist rechtlich vorgeschrieben und darf nur verwendet werden, wenn die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Ansonsten lehnt sich der Hersteller unrechtmäßig an eine Bezeichnung an, um seine Produkte in einem besseren Licht darzustellen. Der Kunde wird in die Pflicht genommen, alles Kleingedruckte neben den optisch auffälligen Schlagworten zu lesen, mit denen er eigentlich konkrete, hochwertige Produkte verbindet. In dieser Weihnachtsfolge berichtet Ihnen Herr Thomas Böhm von verschiedenen Kakaopularenprodukten. Neben seiner Tätigkeit in der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen ist Herr Böhm, auch Autor des Werkes, erlaubt verboten. Hygiene, Recht und Qualitätssicherung in Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie sicher umsetzen. Die 14. Auflage hilft bei der rechtssicheren Umsetzung der Eigenkontrollen und der Einhaltung aller Hygienevorschriften. Die Flut der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen wurde so aufgearbeitet, dass die notwendigen Handlungsrichtlinien auch für Lichtjuristen verständlich, überschaubar und einprägsam sind. Dadurch finden Sie in kurzer Zeit klare Antworten auf Ihre Fragen. Für weitere Informationen zu dem Werk gehen Sie bitte in den Bär-Shop unter www.bärs.de und geben in das Suchfeld Erlaubt verboten ein. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Bei Schokolade handelt es sich um eine Mischung von Kakaoerzeugnissen wie Kakaomasse und Kakaobutter mit Zucker. Zudem dürfen der Schokoladenmasse bis zu 40% weitere Zutaten wie Nüsse, Früchte oder anderes zugegeben werden. Außer Kakaobutter dürfen allerdings nur eine geringe Auswahl anderer pflanzlicher Fette zu einem ebenso geringen Anteil bis zu 5% bei Beibehaltung der Mindestmengen an Kakaobutter beigemengt werden. Zudem müssen diese auch explizit mit Enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette gekennzeichnet werden. Zugesetzte tierische Fette und Zubereitungen daraus müssen stets der Milch entstammen. Bei Milchschokolade sind weitere übliche Zutaten noch Milch bzw. Milcherzeugnisse. Weiße Schokolade enthält als Kakaobestandteil lediglich Kakaobutter. Schokolade muss stets einen Mindestgehalt an Gesamtkakaotrockenmasse einhalten, sowie einen Mindestanteil an Kakaobutter und an fettfreier Kakaotrockenmasse. Dies ist auch bei Milchschokolade so. Allerdings sind die Anforderungen hier niedriger, insbesondere beim Anteil an fettfreier Kakaotrockenmasse. Dafür ist hier noch ein Mindestanteil an Milchtrockenmasse und Milchfett einzuhalten. Wird bei Milchschokolade das Wort Milch durch Sahne oder Rahm ersetzt, so liegt der Milchfettanteil bei mindestens 5,5% anstatt 3,5%. Des Weiteren gibt es auch Vorgaben für Streusel und Flocken aus Schokolade bzw. Milchschokolade. Hierbei sind die Anforderungen an Gesamtkakaotrockenmasse etwas geringer und insbesondere der Anteil an Kakaobutter ist niedriger. Sie sollen etwas stabiler, fester sein, da sie in der Regel als Dekoration verwendet werden. Bei Schokoladenkuvertüre ist der Gesamtkakaotrockenmasse gleich. Allerdings ist der Anteil an Kakaobutter deutlich höher als der Anteil an fettfreier Kakaotrockenmasse. Auch dies dient der besseren Verarbeitung für Glasuren und Überzüge. Schokoladenkuvertüre wird im verarbeiteten Zustand relativ fest, sodass sie beim Schneiden von Kuchenüberzügen zum Brechen neigt. Daher wird ein kakaohältiger Überzug häufig mit Pflanzenfett verarbeitet, damit er weicher und schneidbar wird. Dann hat man es allerdings nicht mehr mit Schokolade zu tun, auch wenn man als Grundlage eine Schokoladenkuvertüre verwendet hat. Man spricht in diesem Fall von einer kakaohältigen Fettglasur, welche bei den Produkten auch deutlich gekennzeichnet werden muss. Um eine Verwechslung mit Schokolade auszuschließen. Derartige Fettglasuren unterliegen nicht der Kakaoverordnung und müssen ansonsten keine speziellen rechtlichen Anforderungen erfüllen. Eine weitere Besonderheit liegt vor, wenn die Schokolade bzw. Milchschokolade als Gianduja-Schokolade bezeichnet wird. Hierbei sind zwar der Anteil an Gesamt-Kakaotrockenmasse und fettfreier Kakaotrockenmasse bzw. Milchtrockenmasse etwas geringer, allerdings ist ein Mindestgehalt an Haselnüssen von mindestens 15% bei Milchschokolade bzw. 20% bei Schokolade erforderlich. Und maximal darf deren Anteil 40% betragen. Es dürfen dabei noch weitere Nüsse oder Mandeln zugesetzt werden. Der Gesamtanteil darf jedoch maximal 60% betragen. Bei gefüllten Schokoladen müssen die Anforderungen an die Schokoladenmassen herkömmlicher Schokoladen entsprechen und der Mindestanteil an Schokolade beträgt am Gesamtgewicht mindestens 25%. Die Bezeichnung gefüllte Schokolade bzw. Schokolade mit Füllung gilt laut Kakaoverordnung nicht für Erzeugnisse, deren Inneres aus Backwaren, Feinbackwaren oder Speiseeis besteht. Dies wird bei manchen Produkten auf dem Markt allerdings häufig toleriert. Bei Produkten mit Schokoladenüberzug entscheidet letztendlich der Karschokoladenanteil darüber, ob es sich um eine gefüllte Schokolade oder eine Zuckerware oder ähnliches mit Schokoladenüberzug handelt. Pralinen stellen übrigens gefüllte Schokoladen in mundgerechter Größe dar. Schokolade, Milchschokolade und Schokoladenkuvertüre dürfen auch mit Angaben zur Qualität wie Edel, Premium oder bei Milchschokolade auch das Wort Vollmilch ergänzt werden, wenn sie ebenfalls in der Verordnung festgelegte erhöhte Mindestgehalte an Gesamtkakaotrockenmasse, Kakaobutter, Milchtrockenmasse oder auch fettfreie Kakaotrockenmasse erfüllen. Die Bezeichnung Zartbitterschokolade, auch Bitter-, Edelbitter- oder Herrenschokolade genannt, stellt keine rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung mit konkreten Mindestanforderungen dar. Aber hierfür gibt es einen verkehrsüblichen Mindestanteil an Gesamtkakaotrockenmasse von 50% anstatt 35% wie bei üblicher Schokolade bzw. 25% bei Milchschokolade. Richtige Bitter-Schokolade beginnt meist bei 60% Gesamtkakaotrockenmasse. Schokoladenpulver, Trinkschokolade, Schokolade an sich und Milchschokolade müssen als zusätzliche Pflichtkennzeichnung stets noch die Angabe der Gesamtkakaotrockenmasse in Form von Kakao x% mindestens enthalten. Schokolade und insbesondere Pralinen werden mit einer Vielzahl an Füllungen angeboten. Legt man Wert auf hohe Qualität, sollte man auch hierbei genau hinsehen, mit welchen Zutaten die Füllungen hergestellt werden. So handelt es sich beispielsweise bei Trüffel bzw. Trüffelmasse um ein solch hochwertiges Produkt, welches nicht mit billigen Pflanzenfetten zubereitet werden sollte. Bei Bezeichnung mit dem Zusatz Creme sollte genauer hingesehen werden, da es sich hierbei oftmals um Pflanzenfetterzeugnis handelt. Auch Eiskonfekt wird des Öfteren für Schokolade gehalten, hat tatsächlich meist nur einen geringen Kakaopulveranteil und besteht vordergründig aus Kokosfett oder anderen preisgünstigen Pflanzenfetten mit ähnlichen Eigenschaften. Die Begrifflichkeit Schokolade, auch in abgekürzter Form wie Schoko, darf auch bei zusammengesetzten Lebensmitteln verwendet werden, soweit keine Verwechslungsgefahr mit herkömmlicher Schokolade zu befürchten ist. Dabei reicht hier allerdings oft die Verwendung von zum Teil stark entöltem Kakaopulver. Hierbei steht der Begriff Schokolade eher für eine Geschmacksrichtung. Wird allerdings mit abgebildeter Schokolade zusätzlich geworben, dann muss auch Schokolade und insbesondere die geschmacks- und wertgebende Kakaobutter enthalten sein. So beispielsweise bei puddingartigen Erzeugnissen und Desserts, sowie bei Speiseeis. Auch im Bereich der feinen Backwaren darf Schokolade nur ausgelobt werden, beziehungsweise als Geschmacksrichtung angegeben werden, wenn zumindest im gebackenen Anteil Kakaopulver oder gar Schokolade verwendet werden. Wird allerdings eine kakaoeltige Zutat nur im Überzug oder einer Füllung verwendet, so erwartet man auch tatsächlich die Anwendung von Schokolade oder zumindest von Schokoladenpulver. Das heißt, es darf sich nicht um entöltes Kakaopulver handeln. Diese letzten Auffassungen werden in den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches beschrieben, wobei es sich um objektivierte Sachverständigengutachten handelt. Die Leitsätze werden durch die Deutsche Lebensmittelbuchkommission beschrieben, welche aus einer paritätischen Besetzung aus den Kreisen der Verbraucherschaft, der Wirtschaft, der Wissenschaft und nicht zuletzt der Lebensmittelüberwachung besteht. Die Leitsätze werden stets mit dem Ziel der Einstimmigkeit beschlossen, damit alle Kreise die Anforderungen auch in ihrer alltäglichen Routine akzeptieren und zur Beurteilung der Produkte einbeziehen. Die Verbraucher sollen hierdurch auch eine Möglichkeit erhalten zu prüfen, was sie unter bestimmten Bezeichnungen erwarten können. Zum Abschluss kurz noch die Schattenseiten bei Schokolade bzw. Kakao. Des Öfteren hört man, dass Schokolade mit Mineralöl, z.B. bei Adventskalendern, dem Schwermetall Cadmium oder auch mit dem Schimmelpilzgift Ocratoxin A verunreinigt ist. Derartige natürliche oder auch durch den Menschen verursachte Kontaminationen kommen vor, allerdings in der Regel nicht in einer Höhe, dass sie tatsächlich unmittelbar gesundheitsrelevant seien. Meist wäre der ernährungsphysiologisch nachteilige Effekt durch den hohen Fett- und Zuckergehalt als bedenklicher anzusehen als die Kontamination selbst, zumal auch diese idealerweise nur chargenweise belastet sind, die Fett- und Zuckergehalte allerdings stets vorhanden sind. Nichtsdestotrotz werden diese Kontaminationen stets beobachtet und überwacht. Auffällige Chargen werden dann auch schnellstmöglich aus dem Verkehr gezogen. Schokolade bzw. Kakao ist ein altes und stets hochverehrtes Lebensmittel, welches sogar als Zahlungsmittel geschätzt wurde. Dies sollte auch weiterhin gelten und stets für Qualität stehen. Daher hat hochwertige Qualität natürlich ihren Preis. Dies sollte allen Konsumenten bewusst sein und alle Hersteller sollten diese Qualität auch in dem häufig ausgelobten Umfang garantieren. Sie hörten von Herrn Thomas Böhm die rechtlichen Anforderungen verschiedener Schokoladenprodukte. Im Standardwerk von Herrn Böhm erlaubt verboten, Hygiene, Recht und Qualitätssicherung in Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie sicher umsetzen, beschreibt er, was bei der Einhaltung von Vorschriften alles zu beachten ist. Für weitere Informationen zu dem Werk gehen Sie bitte in den Bär-Shop unter www.bärs.de und geben in das Suchfeld Erlaubt verboten ein. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2023. Bis zur nächsten Folge, Ihr Arno Langbin Bis zur nächsten Folge, Ihr Arno Langbin